Herzlich Willkommen beim Architektur-Magazin auf Rhein-Main-TV. Kreatim Architektur und Projektentwicklung plante und realisierte einen Umbau der Hölderlin-Schule in Bad Homburg vor der Höhe. Die Vernetzung des Gesamtgeländes der Hölderlin-Schule mit dem neuen Baukörper und dem denkmalgeschützten Altbau ist ein zentrales Entwurfsthema und basiert auf den vorhandenen Sichtachsen, schützenswertem Baumbestand und Gebäudelinien. Die Klassenräume im Süden der Anlage sind typologisch klar in zwei parallelen, zueinander verschobenen Gebäudeteilen angeordnet und über einen zentralen, über das Dach belichteten Verteilerbereich miteinander verbunden. Durch die Möglichkeit der ganzheitlichen Wahrnehmung sowohl im Inneren des Erweiterungsbaus als auch des kontinuierlichen modellierten Außengeländes entsteht bei den Schülern eine Landkarte im Kopf. Ein Ort des Erlebens, Lernens und Spielens. Sowohl innen als auch außen entstehen dynamische Erlebnisräume. Ihr Freund Betonbearbeitung ist seit über 30 Jahren Ihr erfahrener Partner im Hoch- und Tiefbau für den Spezialabbruch mit Diamantwerkzeugen. Das Unternehmen aus Oberramstadt garantiert höchste Zuverlässigkeit, Präzision und Sorgfalt durch die Erfahrung der hochqualifizierten Mitarbeiter und den Einsatz modernster Maschinen. Das Team von Bierfreund Betonbearbeitung freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Baustoffe und Baufachhandel Kern bietet auf seinem über 18.000 Quadratmeter großem Areal besten Service. Eine überdachte Lade- und Lagerfläche gewährleistet schnellste Auslieferung. Im Baumarkt ist die Sortimentstruktur auf die Nachfrage der Handwerksbetriebe und Hobbyhandwerker abgestimmt. Auf rund 2.000 Quadratmetern wirbt die Freiausstellung in vielfältiger Form für Pflaster, Platten, Mauern und vieles mehr. Baustoffe Kern – Ihr starker Partner Stiebig Metallbau bietet modernste Technik kombiniert mit höchster Qualität und steht allen Architekten und Bauunternehmern als Partner zur Seite. Das junge und dynamische Team unterstützt Sie bei der Planung und Ausführung von Balkonsystemen über Treppen bis hin zu Stahlbau und Sonderkonstruktionen. Auch spezielle Laserarbeiten mit einem universellen und hochdynamischen Laserschneidsystem oder Arbeiten mit einer hochmodernen Abkantpresse sorgen für perfekte Lösungen bis ins Detail. Stiebig Metallbau Ein neues architektonisches Konzept, das zukunftsweisende Akzente setzt. Die Firma Ankotel beschäftigt sich mit sogenanntem Telehousing, die Bereitstellung von Kommunikationsnetzen anderer Unternehmen. Das Konzept Cubicle, entwickelt von Barb-Architekten, vereint die Kommunikation zwischen Mensch und Technik. In der Rebstöckerstraße in Frankfurt am Main soll das Gebäude entstehen. Ca. 5000 Quadratmeter Büro- und Nutzfläche sowie ca. 6000 Quadratmeter Kollokationsfläche. Zukunftsweisend sind neben dem repräsentativen Charakter die sogenannten Meet-Me-Flächen. Zentrale Knoten, in denen Anschlüsse zusammenlaufen, damit Kunden aus aller Welt ihre Leistungen abwickeln können. Moderne Architektur, wegweisende Perspektiven für ein einzigartiges Konzept. Schulte Baufachhandel und Baumarkt aus Kronwerk in Taunus ist Ihr kompetenter Partner, wenn es ums Bauen geht. Mit ausgebildeten Fachberatern bietet das Unternehmen in jedem seiner Geschäftsfelder freundliche und kompetente Beratung für Handwerker und Privatkunden. Im eigenen Baumarkt bekommen Sie alle wichtigen Artikel rund ums Bauen. Lassen Sie sich inspirieren vom Flair der Gartenwelt in der Ausstellung für Gartengestaltung. Schulte Baufachhandel und Baumarkt. Persönlich und kompetent. Das Glasatelier Sangermann aus Usingen ist Ihr Partner in Sachen Glas und Design. Für Ihre individuellen Wünsche, wie eine Badewanne mit LEDs oder Rückwände mit farbigem Glas, bieten wir Ihnen immer eine passende Lösung. Wir bieten Ihnen nicht nur fertige Objekte, sondern fertigen auch Ihr Wunschobjekt an. Insbesondere Glasmöbel wie Tische, Vitrinen und Regale fordern uns zur Kreativität. Wir erfüllen Träume aus Glas mit Anspruch und Niveau. Zuverlässigkeit und höchste Qualität. Der Malerbetrieb Jäger GmbH lebt von der langjährigen Tradition seiner Handwerkskunst. Schönheit und Schutz, dafür sorgt das Unternehmen aus Oberthausen gerne auch bei Ihnen mit voller Begeisterung. Die Dienstleistungspalette erstreckt sich von Großobjekten über den Industriebau bis hin zu hochwertigen Arbeiten im Wohnraum. Vertrauen auch Sie auf jahrzehntelange Erfahrung der Jäger GmbH. Innovation, Flexibilität und Verantwortung stehen heute für den modernen Planer und Handwerksmeister Michael Welzel aus Offenbach an erster Stelle. Mit Spezialisierung auf die Modernisierung altersgerechter und barrierefreier Bäder hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Michael Welzel, der Badgestalter. Das war das Architektur-Magazin auf Rhein-Main-TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.